Ja, wir haben groß gesagt. Schau an. Und jetzt einfach nur noch hier rüber. Oh, du hast überlebt. Sehr gut. Oh, du hast die Lernschaft. Du bist da vorne hier, ey. Ich bin immer hier am Üben. Verdammt, ey. Wenn ich das mache, dann... Ich kriege Sprung nicht immer hin. Du willst nur mal gucken, wie es hier weiter geht. Was hast du vor? In das Wasserloch zu springen da. Das ist ein so einfacher Sprung, ich krieg's gar nicht hin. Mein Gott! So jetzt aber. Wasserloch, Eis, mein Wasserloch. Na komm. Das ist so klein und ich bin so groß. Willst du sagen, du bist größer als ich? Nee, ich glaub's nicht. Ich bin da vorbeigesprungen. Du bist ja auf der Welt gefallen. Hilfe, ich bin doch eigentlich geschlichen. Na, na, na. Hallo, der Kuh ist auch hier da sehr gut. Batsch! Ich bin hier so alleine. Verdammt. Ich glaub's nicht, ey. Gibt's das Banause? Du bist noch nicht am Ende von dieser Map hier. Ach, stimmt. Ja, logisch. Kinder auf der Armat. Ich war doch im Wasser drin. Mein Gott, ey. Aber was mich am meisten freut, dass ich vor dem Stefan durch bin. Ja gut, von mir ist keine Kunst, das wirst du sehen, wenn du in einer Folge in 10 oder 12 siehst. Ich bin immer der Letzte gewesen. Aber dass ich auch vor dem Loch durch war. Vor dem Loch? Ich hab noch nie paar Kuh-Map gespielt. Das ist das erste Mal. Vor mir. So, da bin ich wieder. Wann aus, ich bin allein weitergekommen. Ja, ich bin auch schon weiter. Ja, du bist ja Profi, ja nicht? Als Profi zählt's nicht, das merkst du schon. Ne, aber du hast ja 23 Level Vorsprung im Gegenteil. Ich steh in Eisenbahn, das ist nicht. Ach, Mann, das kann ja wohl nicht sein. Hör, bist du, bist du, bist du, bist du, bist du, bist du. Au, hätten wir schlagen sein. Dann muss ich halt weggehe. Ja, ja. Scheiße. Hör, bist du, bist du starben? Ja. Okay. Ja, ja. Ja, ja, gut, das muss wieder von vorne anfangen. Hör, nicht wieder an der Brüche, ja. Ich bin es auch runtergefallen, aber du bist schon dabei. Bin ich dabei, aber nicht. Hab ich wohl Glück gehabt in dem Fall, oder? Das Wasserloch treffe ich schwerer als alles andere. Ich glaub's nicht, wir waren dasselbe Stelle wie vorhin runter. Die Ranken treffe ich ja auch, ich treffe die Ansprünge nicht. Du musst nach oben gucken, hat den Lob gesagt. Hast du gar nicht gehört, was du gesagt hast? Doch, du trichst die Ranken, aber die andere Hand. Dann sag ich nur oben gucken, oben muss ich auch nicht mehr bei Ranken. Wenn keine Ranken, dann muss ich nur oben gucken. Fuck, ich merk grad was. Das ist doch gar nicht gut. Falsche weg oder nicht? Nee. In der letzten Aufnahme noch Game Mode 1 gehabt. Scheiße, warum denn? Du warst doch immer bescheißt, schon die ganze Zeit. Ja, ehrlich. Ach, halb die Klappe, Mensch, wir haben doch was versucht. Das war voll mit Schuhe. Was? War da nicht mal eine Leiter? Wann auch ist ich nur noch im Duo. Wann auch ist er? Jetzt weiß ich auch nicht so, dass der Lord nicht gestorben ist. Wenn wir erstmal herunterspringen. Schau. Ich bin ja auf diese Stücke. Nee, ich glaub ich Game Mode 1 gehabt. Darum. In Game Mode 1 kannst du nicht sterben. Hey, weder starten wir gemeinsam, oder schaffen wir's gemeinsam. Samperfick. War echt nicht so geplant. Weißt du noch, bei der letzten Aufnahme wollen wir uns in Game Mode 1 mal gucken wollten, was da drüben war. Ich hab mich nie wieder rausgenommen. Ich hab nicht geguckt. Ja, wie geht denn das weiter hier? Weiter. An die Leiter? Ja, ja. Dachte ich schon, dass du überlebt, Ragour. Und wie soll das gehen? Springen? Festhalten? Na, oben gucken. Wie man, wie man, wie man so an Leitern geht? Habt er da auch schon geschafft? Endlich, endlich. Boah, wann ist denn du Kackblock? Ehrlich? Geh doch da weg. Kann man drei Blöcke springen? Ja, klar. Boah, okay, man kann jetzt in der Labe landen, dann stirbt er nicht. Ah, 4. 1. Ja, gut. Ich dachte eben in der Labe, aber man kann nicht sterben ja. Da bist du, okay. Oh! Da war der Baum im Weg. Möchtest du da von oben? Beine aus oder von unten? Weißt du das zufällig? Äh, ich hab's von hier gemacht, aber... Hup! Ah, so. Der ist schon ein bisschen schwerer. Ja, schwer. War ich dann an die Leiter ranzukommen, ist schwer. Ja, du musst... Ja, springen muss man schon. Ähm... Echt? Drakul? Du machst Sachen. Ja, klar. Die ist so hoch, dann wirst du sterben. Egal was du machst. Auch wenn du hochkleidst, dann bist du gleich tot. Okay. Du musst... Du musst wirklich eigentlich... Warte, wo bist du jetzt? Warte kurz. Ähm... Ja? Du bist zu weit rechts. Okay. Aber kannst du... Kannst du was dazu testen? Wenn du das Wasser treffen würdest, dann wirst du überleben, aber... Was? Also du triffst jetzt genau in der anderen Ranke wieder. Weiter unten da. Ob du das schaffst? Ja. Ich bin zwölflös. Boah, ein weißer... Und dann so ein... 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 Ein Wasserloch, ne? Ja. Das wär ja zu einfach. Ja, aber dann... Dann willst du nicht 20.000 sterben hier. Au! Naja. Hallo und herzlich willkommen beim Sterbesimulator. Niemand aus hohen Höhen springens. Boah, ich hatte sie mit dem C-Festgang, weiße? An der Kante. Hä? Mich auch eigentlich, hä? Ach nicht. Na ja, gut, das muss man nehmen. Mit dem C hat eine Gasnabe festgegangen. War bei der C gebrochen, oder was? Hä? Ich bin doch so eine, hä? Geht doch, mein Gott. Was ein Akt immer. Ja, also die war ja auch drin, dass wir aus Wasser gespritzt haben. Hä? Wie komm ich jetzt zu euch darüber? Oh, komm, ehrlich! Ja! Juhu! Was? Wo bist du denn? Ich bin... Ja! Ober dir! Ober dir! Ja! Ja! Boah, ich hab's geschafft, ey! Ich hab... Ich hab zuerst die Ranken gesehen am Baum aus der Seite da. Ja! Ich hab' da oben kommen in Schneeblöcke! Dargu... Muss man wirklich an die Leiter springen? Ja! Dargu? Ja! Ja! Wirst du wissen, wo du hin genau springen müsstest? Ja! Geh mal auf Game Mode 1 kurz, dann zeig's kurz, wohin du kommen musst! Boah, ich bin auch zu blöd zum Springen heute! Also bist du da oben? Du musst an dieser Rang hier kommen, wenn du diese kommst, dann hast du gewonnen. Also wie gesagt, wenn du hier eigentlich, wenn du jetzt hoch gehst, also ich zeig dir mal kurz wie ich springe, dass du siehst, du musst mit Speed über diese Kante hier. Oh, jetzt bin ich nicht gerannt, da kommst du genau an diese Wand nämlich. Ah, okay. Oh ja, du bist ein bisschen weit links gewesen. Das ist lustig. Huiii. Da war kein Sprunge, kein Speed. Du bist nicht gerannt. Oh, der Baum hat mich abgefahren. Wieso, wieder nicht? Zweimal kurz nach vorne zücken und dann springen. Wieder nicht. Dann nochmal an. Da hat der Baum weggefahren. Oh verdammt, jetzt bin ich gar nicht gesprungen. Oh wieder. Hast du geschafft, okay? Alter Schwede, ey. So, dann geh ich da mal hier. Ah, jetzt geht. Ich hab mal kein Tropfen hier drüben. Na, also es geht doch. Ich merke, es wird spät, ey. Ich wollte gerade sagen, ist doch jetzt 20. Das Loch, du musst hier treffen. Ich, ich lauf schon nur. Du musst doch nicht lennen, dass du kriegst. Wie kommt man an die Leiter dran? Bei nach Hause. Bei nach Hause. Okay. Wie kommt man an die Leiter dran? Oder wirst du es selber noch nicht? Ich bin doch schon zweimal dran gewesen. Aber wie? Ja, springen. Und dann... Und dann... Du musst ein bisschen schrech springen. Nein, ich war doch dort. Ich kann schrech springen und dann hoffen, dass du die Leiter kriegst. Ja, ich war an der Leiter, ich war auf dem Block und bin weitergerannt. Ich trottel. Woll. Was? Das ist... Ja, ich wollte schauen, was da unten eigentlich ist. Bei mir generiert die Map zu spät. Gar nicht. Du fällst du aus der Welt. Achso, das ist ein End. Achso, das kann ich generieren. Achso. Mein Gott, ey. Jetzt pack doch den C da weg. Neee. Der Schwaben hat es überlebt. Ich glaube es nicht. Na schon ein paar Mal. Also nachher kann man auch noch sterben. Ja. Auf Downplay. Jetzt aber. Ach, leg mich doch am Arsch. Äh. Oh, super, ein paar Mal. Das war ein Aichloch. Das war ein Aichloch. Aber springt mal in Tod. Nicht hinterher kommen. Neee. Ist auch, warum ist das so? Äh, scheiße. Äh, scheiße. Das war's für der Lauer gewesen. Die haben wir genau drauf. Da hätte es auch schauen sollen. Wenn du gleich schnell auf diesen Steinblock da vorne kommst, dann kannst du dich wieder heilen. Mein Gott, jetzt bin ich an der Kante geblieben. Du brauchst nicht, du willst auf den Steinblock springen, da passiert doch nichts. Ja, er ist wahrscheinlich in der Lava geblieben, oder wollte zurückgehen. Ja, bin ich auch. Oh, Mann, das darf ja wahr sein, du. Och, Menno! Ja, das ist echt schwer, so einen Block zu treffen, ne. Ja, vor allem, wenn man vom Baum abgefangen wird, wie ich gerade. Ja, wie ist das? Ne, aber so, wenn man mal echt überlegt, dann ist echt schwer, so einen Block zu treffen. Ja. So, nochmal, nächster Versuch an der Leiter. Versuch nochmal, ah, geht doch. Versuch nochmal 33. Vor dem Baum. Ah, endlich, so. So, ich versuche jetzt mal einen Doppelsprung. Okay. Was ist ein Doppelsprung? Ja, endlich! Wenn es nicht klappt. Oh, warte, warte, war das jetzt geil. Was ist ein Doppelsprung? Oh, gut, zack, bin ich zu weit. Äh, das ist, wenn du, ähm... Ja, eigentlich bei... Gehst du, wo du hin musst? ...bringen, nochmal springst danach. Oh je, das ist der Scheiß, dass die Leiter da sind. Das ist ein Doppelsprung. Warte, kann ich dir gleich hier demonstrieren. Wenn du zurückguckst gleich. Hier, wenn du jetzt... Ach, das ist, was du die Grenze gemacht hast, auf die andere Räume. Äh, jetzt habe ich wieder das Scheiß-Wasserloch drauf. Hier habe ich gerade den Doppelsprung. Ja, ja, okay, komm, sehr gut. Wer ist denn das jetzt gemacht, Stefan? Äh, jetzt fangen wir nach vorne und... Unten ab, von unten aber. Ja, und dann fangen wir nach vorne drücken und dann springen. Oh, ihr seid nicht weiter da. Ja, das geschafft seid, Mann. Nein, ich meine bei den nächsten... NEIN! Weil bei Naos ist es auch immer wieder da, deswegen... Eben, das meine ich doch. Ja, haben sie den Bombsprung geschafft? Ja. Ach, meine ich... Das hätte sich am Arsch festgehalten können. Das war... Mein Kopf hat danach gelagert am Baum. Ah, ich versuche mit dem Steuerkreuz genau das Wasser zu treffen, dass ich... Das Gefühl habe, ich würde es dann treffen. Boah, von der Leiter gerutscht. Ey, Mann, beiß dich doch da fest in die Strebe. Jetzt, ich dachte schon, Lot hat überlebt. Oh, nee, zu wenig weit. Boah, Massensterben. Oh, scheiße. Ja, geil, ich bin blind ins Wasser gefallen. Das Steuer... Das Kreuzer darfst du nicht in die Mitte von dem Ding, da musst du ein bisschen weiter... Ja, ich habe es gemerkt, ja. Dann geht er. Das ist der Steuerkreuz. Mit der Fahnen, woher ist denn? Oh, klar, woher ist es auch daneben? Mein Gott, ey. Pssst. Wie gehen wir nach dem Töte in dem Wasserloch drinnen? Geht doch. Nee, die Leiter verfehlt. Da, Radu, kommst wieder. Und... Klappel, 23, 20. 68 wahrscheinlich. 23, 20. Boah! 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 Ehrlich? Ja, ja, ja. Das ist doch nicht wahr, ey. Warst du schon soweit? Platz. Ja? Ja, der war auch schon. Ich frag mich, wieso bei mir immer das Loch wieder despaunt wird. Ich sehe das. Ich sehe den Boden nie. Wieso? Ich habe 32 Chunks und das Zeug fällt weg. Ich habe 16 Chunks, aber mir ist da. Mhm. Ach, hey, das war ganz weit daneben. Schau mal die Chunks bisschen runter, vielleicht ist das wirklich das Problem. Ich will euch nicht erstmal eine Kack-Skin. So, mal schauen. Oh, ja. Vielleicht ist das wirklich das Problem. Vier Details vielleicht. So. Und... Weisch, ich liege im Wasser und bin tot. Ja, das passiert doch nicht. Gehst du mal alles mehr raus, danke. Ich bin auch mal gelaufen, habe ich nichts zu sehen. Doppelsprung. Leck mich am Arsch. Nee, danke. Neee. Nicht bei den Schokoladenpreisen, sagt man da. Ah, ich sollte schon mal in das Wasserloch müsste auslaufen mittlerweile. So, wie wir die Erde eigentlich schon zusammendrückt haben da. Wieso habe ich auch nicht getroffen? Ach so. Ah, scheiße. Loll. Ich spiel oft ins Nix, weil ich nichts sehe. Ach ja. Okay, ich mach einen Sprung noch. Es steht der Penose ins Nirvana. Oh nein, 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 nein. Also der war ja nur ganz weit daneben. Ach, fuck. Fuck, 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 fuck. Au. Nein, du hast überlebt, man auch unglaublich. Ja. Ich sag halt, Schlupf Tee zur Verruhung, das geht immer. Okay, ich muss ganz kurz mehr in meine kleine schauen, wie gesagt. Ich kann jetzt einfach mal holen, mal gucken, was passiert. Okay. Ah, hier ist jemand neben mir im Wasser gelandet. Ah, Kugul eigentlich noch da. Ja, ja. Du eigentlich. Mein Kugul durch einig Indurity. Kann ich dir irgendwann mal das Level schärfen, dass nicht so viel wenig bescheu ist und schieße. Ich schaff den Kack Sprung nicht. Von Baum. Du darfst nicht mal den Sprung ins Wasser? Ich darf nicht mal den Sprung ins Wasserloch? Oder? Doch, ja. Du darfst den vierter Sprung ins nix, haha. Wenn ich nicht haupt bin, ich wiederbelebe. Wie hast denn du das gemacht? Was? Bist du schnell gesprungen oder normal? Ja, sicher. Schnell und dann an der Seite vorbei und dann mit A nach links gestiegen. Halt dich fest! Ja, der hat sich nicht festgebissen. Also so langsam wird es langweilig, dass der überstarbe hier. Richtig kacke. Kur! Geht doch! Mein Gott! Aber Eismann hat es mal übersetzt. So, wenn wir da. Mal schauen. Oh ne, ich fahr schon runter. Ja. Baum. Boah. Da ist ein Kreuter auf dem Baum gelandet. Ja, ich hab überlebt. Ich will jetzt darüber kommen, wenn er sich auf dem Baum. Ja, spring. Du musst ganz, ganz spät abspringen. Ganz an der Kante, dann schaust du den. Ach, fuck. Jetzt klappt nicht mal mehr der einfache Sprung. Ach man. Ups, das war die falsche Richtung. Ich hab nichts gesehen. Moment, jetzt unterfall, weil ich mich direkt in den Arsch. Nein, ich glaub's wieder nicht. Ich hoffe, dass es ein Unterfall spielt, das will ich nämlich sehen. Da schließe ich extra meine Webcam an, ja. Ja. Lol, ich bin in der Luft, hab ich gelegt, bin ich zurückgezogen worden. Oh, das war der Pauke. Ja, dann wüsstet ihr, dass wären wir sogar 10er jünger wert. Oh Mann. So, hier hochge... Oh nein, Schneeblöcke. Warum denn Schneeblöcke? Ja, überlebt. Ich bin in der Luft zurückgeholt worden. Nein, jetzt bin ich gesprungen, gerannt. Na super, Ups, wenn ich zweimal korrigieren muss, kommt's nicht gut. Ja. Ach du Scheiße. Oh komm. Ja, geschafft. Boah. Boah. Und dann hab ich jetzt geschafft. Alter, ich... Boah, nein. Alles... Nee. Nee, ich hab's genau gelegt in dem Moment, du Springer. Nee, ich glaub's nicht. Tohohohohohohohohohohohoho... Kinze drinnen... Das war hart jetzt nirruhen.... Nein, das hab' ich den Trug... Mein, das hab' ich den Trug und den Trug... Man habe defence evaluated. Was? Fang... Wenn ich denn's das Wasser nicht seh. Komisch arturheister. Away service. Hasts es selber geschafft? Dann geht's halt, ja... Alter... Ich geh jetzt linken Period tubing, richtig, hab' ich können... Akkomm jetzt! Neue, ich hab' jetzt einfach nicht, sich... da machen der macht jetzt wasser noch runter springen als erstes sehr so challenge die zeit ist danach nicht mehr sterben das muss ich das wiederholen äh trakul das war ein bisschen weit dann her oh mann ey so, guck wie die lemminge naaa der war schon besser wie die lemminge oh nein ich seh nichts virus springt nicht ganz vorbei höh ich seh unten gar nichts mehr hallo ja getroffen hey hey ich seh unten nicht mehr chunks ladet euch hallo ähm wie war der chunk ladebefehl f3 und l weiß ich gar nicht fangst neu laden soll sich endlich einmal schaffen hier auf den baum zu kommen ey ich glaub's nicht ey jetzt hab ich versucht wie gesagt ich kann als tipp immer geben wenn er so einen neuen spurt ja hab ich gemacht und hab hier ab der kante gerutscht damit wirklich den letzten das hab ich genau gemacht und ab der kante gerutscht hab ich gesehen dann schenkt sich aus so auuu äh ja aber ich bin schon wieder da so aber der virus und meine wilde profi hier unglaublich ach ficken echt der sprung ist aber auch schwer zum baum ich springe jetzt voll und so und glaub ich dreimal hintereinander erfahne ich getroffen das wasser das okay oi was quasi gute idee vielen dank fürs zu sehen die heutige folge ist leider zu ende aber es geht weiter mit einem Abo. Verpasst hier keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.